Verehrter Herr Professor, hier sehen wir nun einen Frack und eine große Abendrufe. Für mich wunderbar. Ja, ich finde auch das ist wie es sich gehört. Es ist die optimale Bekleidung für einen großen Wiener Traditionsball. Und es trägt natürlich zu diesem festlichen Ambiente ganz, ganz wesentlich bei. Ja, das ist halt sehr, sehr wichtig, dass man so gekleidet auf einen Ball geht, weil einfach das die ganze Atmosphäre schafft, die ein Ball dann ausstrahlt, wenn die Gäste hochelegant angezogen sind. Und das ist eben ein hochelegantes Outfit. So gehört es sich auf dem Café-Sieg. Das lange Abendkleid und der Frack, das ist der höchste Rang, den es eigentlich bei Bällen zu erreichen gilt und der ja bei manchen Bällen auch vorgeschrieben ist. Nun sehen wir einen Herrn im Smoking mit Seidenrevers, was ja den Smoking auszeichnet und die Dame in einem bodenlangen, eleganten Kleid. Thomas, deine Expertise? Ja, selbstverständlich auch. Völlig in Ordnung für große Wiener Bälle. Smoking, ein elegantes Smoking, ein langes Ballkleid sind natürlich beim Café-Sieg dabei. Völlig in Ordnung. Ein Business-Outfit ist kein Balloutfit. Genau, es ist zwar sehr elegant natürlich, aber Business ist etwas anderes als Ball und daher nicht zulässig. So wird man bestimmt an den Hofbruch nicht hereingelassen. Bei dem Abendkleid sehen wir, es ist zwar ein festliches Kleid, aber es ist kein bodenlanges Abendkleid und die Tradition sieht ein bodenlanges Abendkleid für die Damen vor. Also für dieses Outfit brauchen wir dann wohl eher schon eine Sonnenbrille. Jedes Outfit hat ihren Anlass, aber ein Cocktailkleid, sei es noch so aufgestylt, ist kein bodenlanges Abendkleid. Der Cocktailkleid kann bodenlanges Abendkleid und ein bunt karierter Anzug ist natürlich überhaupt kein Abendanzug, kein Businessanzug, das ist reine Freizeit. Themen-Clubbing aber nicht für den Ball, oder? Ganz bestimmt nicht für den Ball, aber das ist ja ganz lustig. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.